alter alter wahnsinn das wird jetzt die schärfste route die ich meinem leben gesetzt habe das verspreche ich euch hi ich grüße euch alle zu einem neuen video in diesem film seht ihr einen angelplatz so hat definitiv noch niemand geangelt ich bin mir nicht ganz sicher ob das ganze gut geht aber eins ist gewiss wenn dieser plan hier aufgeht wird es richtig brutal und der 100 kilo fisch ist nicht mehr in weiter ferne kommt mit und für alle die die vorgeschichte zu diesem video jetzt noch nicht gesehen haben ich verlinke es euch hier oben absoluter wahnsinn abfahrt begleitet mich hier zu einem der verrücktesten angelsessions die ich jemals gemeistert habe im morgengrauen war eine richtig kalte nacht aber aktuell mal kein regen kommt der biss so jetzt müssen wir dahin gute hängt ja mitten im holz das nicht geht alles gut abfahrt abfahrt Wenn wir alle Häulchen waren, müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen beim Grillen. Mitten aus dem Wald genagelt. Oh nein, da wird Kams von zum Blei. Durch den Bäumen seht ihr den Bauch, das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Komplett weg im Nagel. Der Haken hängt komplett weggezogen, das ganze System. Und richtig fett, richtig fett. Guckt euch mal den Bauch an. Wahnsinn, Wahnsinn, Petri Eddy. Welts am Morgen vertraut Kummer und Sorgen. Es ist nicht einfach, aber es ist nicht einfach. Angeln ist nicht einfach, aber wir bleiben am Ball. Momentan zählt jeder Fisch doppelt. Aber es ist auch kein Wunder, schaut euch mal die Bäuche an. Die fressen und fressen und fressen und irgendwann sind auch die satt und der Wald ist voller Wasser. So, Petri Heil. Dankeschön, Stefan. Weiter geht's. Put him back, Eddie. Wow, Big Ballet. Wow. Oh, ja. Und jetzt sind du schlafen? Jogger? Ja. Jogger? Ja. No guts, no glory. Stefano. Okay, danke, Mann. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute Morgen grauen noch Eddie einen schönen Fisch geholt. Und jetzt schaut mal, gestern habe ich euch ja hier den Durchlauf gezeigt. Das Wasser kommt ohne Erbarmen, ohne Stopp weiter. Gestern konnte man noch hier durchlaufen und jetzt ist alles überflutet. Hier sickert es jetzt durch. So, jetzt müssen wir nur schauen, ob wir irgendwie auf unserer kleinen Empore hier sitzen bleiben können. Ansonsten werden wir heute Nacht alle auf die Boote gehen. Drei Leute bei mir aufs große Boot, einer aufs andere Boot, dass wir auf jeden Fall hier die Nacht safe sind. Weil Uferplätze sind jetzt komplett finish, rar. Man kann noch auf dem Hauptdamm irgendwo sitzen, aber da hat man keine vernünftigen Angelbedingungen. Ja, hier drin, hier bricht jetzt der Fluss schon den vorderen Damm durch, auf dem wir uns gerade befinden. Wir sind jetzt bei sechs Meter Wasser, circa angelangt. Ich stehe mit dem Camp in Kontakt, wo unsere Autos stehen, ob wir evakuieren müssen, also ob das Camp abgebaut wird, ob die Autos raus müssen, die Bootshänger und so weiter und so fort. Ja, spannende Angelegenheit. Ja, wundert euch nicht über das Teil hier. Das habe ich hier im Überschwemmungsgebiet gefunden, irgendwoher angetrieben gekommen. Bringe ich meinem Sohnemann mit nach Hause, dass der Papa immer eine Überraschung dabei hat, wenn er vom Angeln zurückkommt. So, jetzt fangen wir mal raus und gucken wir mal, was das hier ist. Wir werden jetzt alle Routen nochmal umsetzen, alles ein bisschen näher, noch näher in den Wald reinsetzen, weil umso weiter das Wasser jetzt steigt, umso weiter gehen auch die Fische in die Wälde rein. Wir sind jetzt mitten, mitten im Wald. Das wird auf jeden Fall wieder ein richtiges Harakiri-Geschäft, wenn hier einer an geht. Aber wir probieren es aus, also wirklich. Überall um uns herum Bäume, unglaublich. Aber die Zugrouten der Fische können sich jetzt halt mit dem steigenden Wasser, oder werden sich definitiv mit dem steigenden Wasser permanent verändern. Das probieren wir mal aus. No risk, no fun. Hier werden wir einer hinsetzen. Einfach mal hier mitten rein fest umlenken und dann mit dem Schlauchboot dem Fisch folgen. Verrückt. Verrückt. Wirklich verrückt. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Das wird jetzt die schärfste Route, die ich in meinem Leben habe. Das verspreche ich euch. Das verspreche ich euch. Mitten im Wald drin. Aber das probieren wir mal aus. Die Zugrouten der Fische sind jetzt überhaupt nicht mehr definierbar über alles Wasser. Wir haben hier eine Wassertiefe von drei Meter. Nehmen festen Umlenker. Stabile Auslegeschnüre. Hoffen halt damit den Fisch irgendwie zu halten, wenn er kommt. Und dann probieren wir dem Schlauchboot dem zu folgen. Im inneren Bereich habe ich einen Ausleger vorbereitet mit unserem Black Hat Karabiner. Der legt sich schön über den Schwimmer. Also eine komplette Festmontage. Aber wenn sie irgendwo angebracht ist, dann hier im Wald. So, wir gehen hier genau zwischen die Bäume. Das ist jetzt natürlich eine absolute Jokerroute. Hier ist keine Kante, hier ist kein gar nichts. Es ist einfach so ein Glücksding. Aber Glück gehört ja immer wieder dazu beim Angeln. Das setzen wir unseren Köfi rein. Hier drin im Wald haben wir relativ wenig Strömung. Deswegen kommt auch ein relativ leichtes Blei zum Einsatz. Frontzone Blei mit 10 Gramm. Haarmontage. So wie ich es euch in einem vorherigen Video schon gezeigt habe. Komplett durchgebunden. Steif. Die steife Haarmontage. Ich verlinke es euch mal hier oben. Wenn ihr es mal nachbauen wollt. So, ich gebe mal kurz dem Kameramann die Route. Der hat die Hände freier als ich. So, als erstes hängt er jetzt euren Karabiner hier drüber. So sieht die Festmontage dann aus im Endeffekt. Der Wels wird am Hindernis gehalten. Am Hindernis ist gut. Hier sind überall Hindernisse. Der Köfi ist im Wasser. Ich setze ihn genau über die Graskante unten. Mess mir das genau ab jetzt. Und dann kommt hier oben ein einfacher Schlag über das Knicklicht. Jetzt bringen wir das Ganze auf Spannung. So sieht es dann aus. Seht ihr unten der Wirbel schön aus dem Wasser draußen. Ja und hier lassen wir uns mal rumtollen. Mitten im Wald. Verrückt aber aktuell. Aktuell warm. Ja. Let's go. Lasst uns noch so eine fette Maschine fangen. Schaut mal da hinten. Da hängt die Montage. Jetzt geht es hier vorne wieder durchs Holz zurück. Hier läuft sie durch die Route. Mitten ins Unterholz. Wahnsinn. Wahnsinn. Die zweite Nacht bricht herein. Hier bei uns mitten im Wald. Hier stehen sie die Routen. Die da ganz drüben ins Dickicht gehen. Wir sind gespannt. Vielleicht kommt noch die richtige Bombe. Die richtige Bombe. Waren geile Fische jetzt bisher dabei. Aber so wie die aussehen. Sieht ja jeder Blinde. Dass das Angeln jetzt immer schwerer wird. Weil die einfach nur komplett vollgefressen sind. Ganz spannend hinter unserem Angelplatz. Auch überall Wasser. Wir werden jetzt von Wasser umzingelt. Vorne ist eine Wasserschneise. Hinten ist eine Wasserschneise. Hier ist eine Wasserschneise. Das wird eine feuchte Nacht. Aber wir machen das Beste draus. Im Notfall gehen wir halt alle auf mein Battle Cat Boat. Angeln ist kein Spaß. Und kein Erholungsurlaub. Setzen wir uns halt alle hin. Machen uns einen coolen Abend. Und irgendwann wird er wieder fallen. Der Fluss. Ganz oben beginnt schon die fallende Phase. Bei uns ist immer noch leicht steigendes Wasser. Aber mit etwas Glück. Werden wir das hier meistern. Wahnsinn. Wahnsinns Fischerei. Und ich würde sagen. Bis zum Bis. Nächster Bis jetzt heute noch. Go 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 go. Watch it where it goes. Up. A little bit. Yeah. Go 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 go. Go go go. Go 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 go. Hey, Eddie! Er geht in den Bäumen. Okay, da kommt er. Ich muss zum Umlenker gehen. Jetzt hat er den Baum gebissen. Unglaublich! Hier hat er gebissen. Jetzt steht er in der Tiefe. Jetzt geht er. Ja, der Brake ist gut. Ich versuche ihn ein bisschen mit dem Boot. Bring ihn in der normalen Wasser. Freestyle Black. Best Rob ever! So, es geht weiter hier. Die Party. Direkt in den Bäumen abgeholt. Da seht ihr sie überall. Wahnsinn! Wahnsinn! Das Zeu ist schon so ein Lieder. Die rote Schnur ist so wichtig aktuell. Guck mal, wie die Fische hier zwischen den Bäumen stehen. Okay, ich muss wieder ein bisschen Boot fahren. Moment. Wo ist der Fisch? Ja, ich muss wieder ein bisschen mit dem Boot fahren. Ich muss wieder ein bisschen mit dem Boot fahren. Ja, ich muss jetzt ein bisschen mit dem Boot fahren. Ja, ich muss wieder ein bisschen mit dem Boot fahren. Unglaublich. Man kann es sehen. Ja. Wenn man halt in so kleinen Gebieten hier direkt zwischen den Bäumen drillt. Das ist so einfach. Oh ja. Schau, die Bauer. Ja. Ja. Ja, Black Hatrods. Ja, die Beste. Ja, die Beste. Look, look, look. Eddie. Oh ja. Front und Blei. Leichtes Front und Blei. Nächste Bombe kommt. Wahnsinn. Come get back the Ballard. Yeah. Come get back the Ballard. Ja, good fighting hier in den Woods. Ja, da sind sie die Monster. Das ist wirklich brutal, was wir hier erleben dürfen. Mitten im Wald. Hardcore Trills. Schaut mal, hier drüben, die Bäume, wie sie durchlaufen. Leichte Blei über den Ködern. Ja, wir haben viel gekämpft. Auch die zweite Nacht bringt uns hier im Wald. Richtig big fish. Holen wir mal rein. Zeigen wir euch gleich. Weck geballert. What? Weck geballert. Weck geballert. Achtung, die nächsten Bäume kommen wieder. Ja, hier am Hansen. Yeah. Strongest road you have here. Yeah. Guckt mal, hier wollen wir rumtreiben. Pass auf, dass einer mal runter geht. Wir treiben jetzt mitten ins Holz rein. Wir treiben mitten ins Holz rein. Schaut euch das an. Crazy. Hier zwischen die Bäume durch. Boah. Komplett. Ja. Ein weiterer guter Fisch in Zeit. Im Nahkampf. Komplett weg geballert, sagte Eddie. Eddie sagt immer komplett weg geballert. Ja, da hat er recht. Wie die Haarmontage da drin hängt. Die haben richtig Hunger jetzt. Boah. So. Boah. Eddie. Gluck den Bauch. Gluck den Bauch, Eddie. Gluck den Bauch, Eddie. Alter Falter. Big Fisch. Guckt mal, was hier eben rauskam aus dem Fisch. Unglaublich, was hier abgeht. Unglaublich, was hier abgeht. Boah, das stinkt. Das stinkt echt. Ja. Das stinkt echt. Wie sagt man in Holland, was stinkt? Das stinkt enorm. Ja. Was hast du da? Big Tail. Unglaublich. Unglaublich. Dieser Bauch. Schaut euch das mal an. Und guck mal, was hier alles uns entgegengekotzt hat im Boot. Eins. Der kam eben schon rausgeflogen. Zwei. Einen haben wir schon ins Wasser geschmissen. Die Jungs sind so fett gefressen. Fett gefressen. Unglaublich. Unglaublich. Guck mal. Ganz verrückt. Ganz verrückter fette Fisch. Wahnsinn. Mitten in der Wald. Ja. Mitten in der Wald. No guts, no glory. Yeah. The blood of the glory. Alter Falzer. Ich glaube ihr hört es schon wieder auf dem Zeltdach. Der Regen ist zurück. Nach dem nächsten guten Fisch hier in der zweiten Nacht, mitten im Holz, fängt es wieder an zu tröpfeln. Fini, was machst du? Machst du dich noch sauber? Ja. Ja. Wir sind ziemlich lange jetzt im Nassen rumgeschlappt draußen. Immer normales Wasser. Immer normales Wasser beobachtet. Aber ich glaube der Wassereinstieg ist vorüber. Mal gespannt. Und ihr wisst ja, Regenpause bringt Fisch. Da noch so eine Bombe hier im Wald kommt. Wäre ja mega. Fini, was sagst du? Hey. Können wir noch eine? Hä? Ja? Ja? Ja, mein Mädchen. Lupfe dich ein. Ja. Also dann, Jungs und Mädels. Bis später. Bis zum Biss. Wir sind bereit. Ich habe mich jetzt mal in den Schlafsack. Bin echt durch. Wir sind hier durch. Motor ist fertig. Wasser ist runtergekommen. Krass. So, ab geht's im Boot. Ja. Auf geht's, auf geht's. Ja, sehr gut. Stopp. Stopp. Da ist hier eine Umlenkerkammer. Das ist hier komplett um einen treibenden Baum hier drum geschwommen. Seht ihr das hier? Ich kann jetzt nur probieren, den Fisch, der Baum ist sehr lang hier am Wald, hier direkt zu greifen. Okay, go back. Ich würde ihn hier hochkriegen. Da, jetzt kommt der Fisch. Aber es ist ja nicht der Baum. Zum Beispiel. So, der Baum ist wieder noch so weit. Was einem Kampf. Die Schnur ist immer noch unter dem Baum. Du machst Milchlein aufgrüßig. Nrichtung. Nrichtung. Schirm? Eierwitz. Eierwitz hängt. Boah, crazy Fisch. Unsere Schnur hängt immer noch zwischen dem Baum. Ich löse jetzt erstmal das Vorfach, lass mal den Fisch rein und dann müssen wir unser Vorfach aus dem Baum holen, das ist verrückt. Schaut euch mal diesen Hüffel an, schaut euch mal diesen Hüffel an. Yeah, nice Fisch. Wahnsinn, Wahnsinn. Was ein Wutfisch. Ja, nice. Was ein Wutfisch. Absolut brutal, absolut brutal. Verrückt, aber habt ihr das gesehen? Einmal um den Baum herum geschwommen, der Baum ist hier getrieben, der war nicht irgendwo fest im Boden. Und dann war es ganz schön schwierig, aber der Fisch kam dann hoch mit Baum, sofort zugreifen. Das ist eine Röhre. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Mann, 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 hat das heute Nacht gekocht im Wald. Da sind ganz schön die Fetzen geflogen in den Bäumen drin, diese fetten Wälse zu drillen. Zweite Nacht war wieder erfolgreich und das Beste an der ganzen Geschichte ist, das Wasser geht langsam zurück. Ich zeige es euch mal bei mir auf dem Handy. Der Fluss beginnt zu fallen. Also wir haben hier wirklich gerade so den Peak überstanden an unserem Platz. Das Camp ist safe, es muss nicht mehr evakuiert werden, sofern kein Regen mehr von oben jetzt nachkommt. Aber das wird heute ein perfekter Tag. Und die fallende Phase jetzt, die wird nochmal ganz spannend zum Belzangeln. Wenn man das ganze Wasser jetzt hier hinten aus den überschwemmten Gebieten rausläuft, wird natürlich auch die Fläche kleiner. Die Weißfische ziehen sich zurück in den Fluss, verlassen die Überschwemmungsgebiete. Man kann wieder direkter an den Kanten versuchen zu angeln, nicht mehr wahllos mitten im Nirgendwo. Ja, die Räuber stellen sich vorne an die Kante dran, lauern an den leerlaufenden Überschwemmungsgebieten, an den kleinen Kanälen, wie ihr hier auch gerade einen seht, die dann langsam zurücksickern. Ja, und dann wird das Angeln alles wieder etwas berechenbarer. Aber wir sind mega zufrieden. Es hat alles mega geklappt. Eine Nacht bleibt uns jetzt hier noch. Ihr seid dabei. Ich bin gespannt, ob jetzt der Beginn des fallenden Wassers uns nochmal Fisch bringt. Uns nochmal so fette Wälse im Drill durch den Wald ziehen. Alles nochmal durchschauen jetzt. Alle Routen nochmal ein bisschen umsetzen. Alle Montagen nochmal den Wasserstand anpassen. Alles durchkontrollieren. Ja, und dann haben wir es, dann haben wir es wirklich gemeistert. Einem der krassesten Pegelanstiege Hochwasserzeiten, die ich hier in den letzten 20 Jahren am Fluss erleben durfte. Wahnsinn! Ja, wir sind zurück in unserem Angelareal. Wahnsinn! Wahnsinn! Schönstes Wetter jetzt. Die Regenzeit ist definitiv vorbei. Der Fluss fällt langsam. Alle Routen nochmal scharf machen für die letzte Nacht hier im Wald. Wenn man das so sieht, kann man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen, dass man hier angeln kann. Aber ihr wart ja heute Nacht dabei mit so einem kleinen Schlauchboot. Es ist kein Problem, dem Fisch zu folgen und ihn hier in diesem Labyrinth auch zu bändigen. Wahnsinn! Jetzt seht ihr schon schön an den Bäumen hier. Im Untergrund. So schnell wie das Wasser manchmal kommt, so schnell kann es auch fallen. Gute 10, 15 Zentimeter gehen jetzt schon wieder weg. Daumen drücken, Routen scharf machen, dass da noch ein dicker kommt. Obwohl, dick sind sie ja momentan alle. So vollgefressene Fische habe ich ganz, ganz selten nur gesehen. So, wir haben alle Routen nochmal durchgecheckt, alle Köder kontrolliert, die Köder wieder ein bisschen tiefer jetzt gesetzt. Das Wasser beginnt zu fallen. Ich bin mal gespannt. Letzte Nacht. Last night, last fight, wie man so schön sagt. Ihr seid auf jeden Fall dabei. Die Routen setzen wir jetzt noch schnell, auch hier mitten im Holz. Und dann lassen wir Ruhe hier einkehren, weil hier sind keine Geräusche überall. Das einzige, was man hört, sind ein paar aufgehende Köderfische. Deswegen glaube ich, dass das Geräusch meines Motors eventuell Fische auch verschrecken könnte bei den riesigen Wasserflächen. Ruhe einkehren lassen. Wir haben späten Nachmittag. Und starten dann die letzte Nacht hier mitten im Wald bei dieser verrückten Fischerei. Die Sonne kommt raus. Wahnsinn. Also wenn da jetzt noch eine Bombe kommen sollte, ein 240er, ein 250er, der wird Rekordgewicht haben. Die anderen Fische, die wir fangen konnten, habt ihr gesehen, was das für Bäuche. Wahnsinn. Also definitiv wird auch die Angelzeit in den nächsten Wochen, wenn das Wasser jetzt richtig fällt, die Wälder leerlaufen. Nicht einfacher. Ich glaube nicht, dass die Fische wie im üblichen Frühjahr, wir sind immer noch unter der 10 Grad Marke Wassertemperatur, umherziehen und Futterfisch jagen. Die Fische werden sich alle erstmal tief ablegen und die ganze Aktion hier verdauen und genau das müssen wir auch. Aber, wie sagt man so schön, abgerechnet wird zum Schluss. Route raus. Wir starten in die letzte Nacht. Hier im Holzlabyrinth. Kommandos. Wir starten in die Holzlabyrinth. Wir starten in die Flogstube. Wir starten in die Höhe von der O Bobin. Wir starten in die Flogstube. Wir starten in die Flogstube. Wir starten hier im Holzländer. Und schon geht die Sonne unter. Wir werden uns heute Abend noch an unserem letzten Abend hier im Wald was richtig Gutes schmecken lassen. Schaut mal, zwei Kilo Roastbeef. Floriano hat schon die Pfanne vorbereitet und ich will euch mal was Spannendes zeigen. Man glaubt es kaum. Gestern haben wir noch gedacht, wir gehen komplett unter. Ich habe ein Stückchen gesteckt. Schaut mal, hier ist mein Stock. Das hier ist mein Stock. Und guck mal, wo das ganze Wasser hin ist. Es rennt einfach so davon. So schnell wie es gekommen ist, ist es auch wieder weg. An den Bäumen erkennt er gut die Markierung. Schaut mal davon an den Rosen. Ja, das sind schon gute. 30, 40 Zentimeter, was der Fluss jetzt weg geht. Hier hinten läuft es auch überall raus. Ja, hoffen wir mal, dass die Köderfische jetzt rauskommen aus dem Wald, aus dem verrückten Wallerwald und wir noch ein paar abgreifen können. Ich glaube, dann werden sie noch mal aktiv. Aber die sind so voll gefressen, das ist so ein Wahnsinn. Wir sind bereit für die letzte Nacht hier in der Hochwasserhülle. So, jetzt fahren wir mit dem Wald rein. Vorhin die Rute, die wir abgelegt haben mit dem Wald, kam der Biss, unglaublich aber wahr. Go, 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 go. Up the rope, rope behind. Go, 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 go. Okay, it's on the Umlenker, right? I have to break it from the Umlenker, it's on the link, right? Here, hinter, save. Be careful of the rope, yes. Up the rope, up. Mitten im Wald, Jungs. Genau. Mitten in den Bäumen, unglaublich, unglaublich. Mitten im Wald, ja. Crazy. Warte dabei, wo wir die Rute gesetzt haben, mitten hier in den Bäumen drin. Schaut mal, wo wir es sind. Da kommen die Fische. Durch den Bäumen drillen wir die Fische. Nächsten Baum, hier. Nächsten Baum, hier. So. Krachen gegen die Äste. Here it comes. Petri. Alter Falter. Gucken wir, wo wir sind. Mitten im Wald. Bis später. Wahnsinn. Wahnsinn. Fisch on. Okay, ab ins Schlauchpunkt. Oh, da ist ein riesengroßer Fisch. Big Fisch im Drill. Spitz bis aufs Wasserkurve. 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 Ich muss Boot fahren, warte. Ja, ich fahr Boot. So, ich teile es rückwärts. Kurbel, komm! Jetzt kommt er wieder raus. Hutenspitze oben lasst. Hardcore hier in den Bäumen drin. Wirklich hardcore. Jetzt gehst du mit der Rute nach außen, nicht rückwärts raus. Dass ich sehe, wo er hinschwimmt. Die Rute lässt es so und dann fahre ich jetzt hinterher raus. Jetzt mitgehen mit der Routenspitze, mit mir und mit dem Boot mitgehen. Alter, was ist das denn? Wahnsinn. So, achten hier, du bist hier ein Baum. Routenspitze nach außen. Großer Fisch. Riesiger Fisch. Na gut, wenn er hier drin bleiben will, soll ich jetzt ihn bleiben lassen. Kannst du ihn schon mal lösen? Erstmal wegziehen jetzt von den Bäumen des Viehs. Lass ihn hier durch. Lass ihn hier durchlaufen in der Mitte. Genau. Lass ihn hier durchlaufen. Ich fahr jetzt hier rückwärts raus mit dem Fisch. Rübergehen mit der Rute. Rübergehen mit der Rute. Ja, 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 ist nicht schlecht. So, jetzt sind wir gleich draußen. Ich löse dann die Schwimmer, ja. Großer Fisch. Riesiger Fisch. So, jetzt komme ich dran, kann ich schon mal lösen. Das ist ein großer Fisch, Flo. Das ist dein Fisch, den du wolltest vielleicht. Okay, schon was gelöst. Jetzt sind wir im freien Wasser. Oh, Stress. Ah ja, das ist schon Action. Alter Falter, was ein Drill hier in den Bäumen. Wahnsinn, Wahnsinn. Mega Stress für Angler, Bootsfahrer und Gerät. Aber ich glaube, das wird hier groß. Achtung, schau über dir. Die Solid Bank macht alles mit. Wahnsinn, Wahnsinn. Last night, last night. Alter, der hat uns durchs Unterholz gejagt eben. Das war Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist schon im Händerspiel über dir. Und hoch, hoch das Ding. Da kommt er. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Der Fisch hat uns so durch die Bäume gerissen. Ihr habt es ja eben mit gesehen. Da kommt natürlich Stress auf und Adrenalin und Action und alles. Aber es geht alles. Wahnsinn, Wahnsinn. Also die Solid Bank Rute, die macht alles mit. Und die Zeus Universe Leader, die rote Schlagschnur. Also da könnt ihr wirklich, ja, könnt ihr Rasenmähen mitgehen. Unglaublich. Nächste zwei bloß. Letzte Nacht, das fallende Wasser. Huh, Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn, was ein Fisch. Wahnsinn. Was ein Fisch. Petry, bitte, Dank. Bäm. Alte, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Was für eine verrückte Nacht. Was für eine verrückte letzte Nacht hier im Holz. Unglaublich. Die dritte Aktion. Bisher kamen nur starke 2 Plus Fische. Also Fische mit über 2 Meter Länge. Und jetzt im Morgengrauen der dritte. Der dritte Aktion. Das Fandewasser bringt jetzt wirklich viel die Jungs ins Feld. Crazy. Absolut crazy. Ja. Fetter. Fetter Fisch und Holzhafte. Ja. Crazy. Ja wenn man im Wald ist, hat man halt einmal Bäume. Und der Schnur. Das Zeugs Universal Leader, das ist so brutal. Guck mal. Ja, ich sehe es. Big one is fighting. Yeah. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Das ist der Grund. Das war neben dem Grund. Das ist so sehr hart. Das ist so schwer. Das ist die Grund. Das ist ein großer Fisch. Das ist ein großer Fisch. Jesus Christus. Crazy Fisch. Ja. Da kommt es hoch, das Monster. Oh yeah. Really big one. Really big big big. Look it. Look it. Look it. Look it. Look it. You see the belly? It's a fish over 100 kg. Sure. It's a really, really monster. Oh. That's important. Wait. I just fall in the boat. Look it. 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 More over. Over. Oh my God. Oh my God. Weit über 100 kg. Das Fisch. Crazy. Mach sehr firm. 100 kg Monster. Ganz verrückt. Aus dem Wald. Aus dem Wald. Aus dem Wald. Weit über 100 kg. Schaut euch dieses Monster an. Jetzt im Morgengrauen. Wahnsinn. Wahnsinn. Look at that fish. Alter Falter. Was war das bitte für eine Nacht. Für eine letzte Nacht hier im Wald. Mittlerweile wird es hell. Bin gerade zurückgekommen. Hab den das riesen Monster. Unser 100 kg Monster versorgt. Der Trill dieses 100 kg Fisches ging jetzt eigentlich bis ins Morgengrauen. Gerade wird es hell. Und soll ich euch mal was zeigen? Ganz verrückt. Ich bin kurz vor dem Biss schon mal wach gewesen. War ja eine unruhige Nacht. War ja gut Action. Weil ich fast aus meinem Bett gefallen bin. Denke, was ist denn hier für ein Seegang? Gibt ja gar keine Wellen. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Wo das Boot jetzt mittlerweile steht. Und das Boot steht komplett schief. Also da ist locker, locker über Nacht würde ich fast behaupten, 80 cm Wasser weggegangen. Wenn das überhaupt reicht. Ich probiere mal rein zu kommen. Das ganze Boot ist schief. Das ganze Boot ist schief. Wir müssen das jetzt natürlich nachschieben. Das ist ganz wichtig. Der sitzt hier komplett im Ufer auf. Ich habe da jetzt keine Angst, dass das Boot irgendwie beschädigt wird. Das kann niemand beschädigen, Battle Cat. Das ist so robust gebaut. Aber, was natürlich passieren kann, wenn ihr euch jetzt einfach wieder hinlegt und nochmal vier Stunden schlaft. Ihr wisst ja nie, was unter euch ist, unter eurem Boot, wie tief das Wasser ist. Dass ihr irgendwann aufwacht und das ganze Boot aufliegt. Wenn ihr zu flach geparkt habt. Wir haben hier um das Boot herum relativ gute Wassertiefen. Aber wenn ihr jetzt auf so 1,50 m oder irgendwo euer Boot parkt und dann ein bisschen unachtsam seid. Könnt ihr irgendwann einmal aufwachen und euer Boot liegt. Ein paar hier auf dem Ufer und ist kein Wasser mehr da. Und dann habt ihr ein Problem. Denn dann braucht ihr einen Traktor. Da müsst ihr aufs nächste Hochwasser warten. Wahnsinn! Was für eine letzte Nacht. Drei Nächte waren wir jetzt hier drin. Was für eine krasse Fischerei hier im Wald. Im gefluteten Wald. Und jetzt ist der Spuk vorbei. Das Wasser fließt wieder raus. Wir haben es perfekt, ganz perfekt abgepasst. Hier rauscht das Wasser aus den Wäldern raus. Alles läuft jetzt leer. Absoluter Wahnsinn. Was das für eine verrückte Angelzeit war. Für verrückte Angelbedingungen. Für ein Großfischwahnsinn. Allein die letzte Nacht. Jetzt im fallenden Pegel. Wir haben sicherlich in den letzten 15 Stunden einen guten Meter Wasser verloren. Kamen die Fische nochmal so richtig in Fahrt. Und wir haben es sogar geschafft, einen richtig starken 100 Kilo Fische dabei zu haben. Wir waren ja gestern Nacht auf dem Boot dabei. Was da los war. Dreimal über zwei Meter. Drei Monster in Rekordgewichten. Absoluter Wahnsinn. Alles mal sacken lassen. Und jetzt geht es weiter. Das Wasser fällt. Die Fische werden raus in den Fluss gehen. Die Fischerei wird definitiv schwer. Jetzt habt ihr gesehen, wie voll gefressen. Wie satt die Jungs sind. Aber wir bleiben am Ball. Und wie es weiter geht, seht ihr in einem der nächsten Videos. Vielleicht gehe ich jetzt auch erstmal Karpfen angeln. Das ist nicht so heavy, wie dieses Welsangeln hier im Wald. Aber es war von Anfang bis zum Ende mega, mega geil. Bis zum nächsten Video. Euer Stefan. Bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen.